Willkommen erneut im malerischen Tal, umgeben von majestätischen Bergen, wo die Bäume mit bunten Blättern blühen. Die verzauberte Talstadt lädt euch zu einem weiteren Abenteuer unserer tapferen Helden Elias und Noah ein. Natürlich dürfen auch ihre Eltern nicht fehlen, schließlich sind die Jungs acht und vier Jahre alt. Draußen war bereits zu erkennen, dass der Herbst ins verzauberte Tal eingezogen war. Die Sonne ging früher unter und dunkle Wolken erschienen häufiger am Himmel. Heute war der letzte Tag im Oktober, Halloween. In der heutigen Folge bereiten sich unsere tapferen Helden auf Halloween vor. Wer schafft es, die meisten Süßigkeiten zu sammeln und wer wird am meisten Angst haben, findet es selbst heraus. Alle Kinder aus dem verzauberten Tal hatten seit vielen Tagen Kostüme vorbereitet, in die sie schlüpfen würden. Elias entschied sich, sich als zombieartiger Feuerwehrmann zu verkleiden. Ihm gefiel es so gut in der Feuerwache in Nassesland, dass er ein Feuerwehrmann sein wollte, aber ein gruseliger. Deshalb fügte er in den letzten Tagen immer mehr neue Elemente zu seinem Feuerwehrmann overall hinzu. Er vergaß auch die Axt nicht, deren Plastikklinge er mit Ketchup verschmierte. Noah entschied sich dagegen, sich als Dinosaurier zu verkleiden. Zusammen mit seinem Kindergartenfreund Alexander erfanden sie, dass sie furchterregende Dinosaurier sein würden, obwohl sie die kleinsten Kinder im verzauberten Tal waren. Die anderen Kinder arbeiteten auch hart an gruseligen Kostümen. Vampire, Piraten und böse Zauberer durften natürlich nicht fehlen. Der Abend war bereits hereingebrochen und das Wetter war wahrhaftig wie aus einem Horrorfilm. Kalt, bewölkt und dunkel. Aber selbst das schlechte Wetter konnte die Kinder nicht davon abhalten, von Haus zu Haus zu ziehen und Süßigkeiten zu sammeln. Alle Kinder versammelten sich am Abend an dem vereinbarten Ort, natürlich in ihren Halloween-Kostümen. Sogar Holly tauchte als Vampirhund auf, zusammen mit Antek, der sich keine Gelegenheit entgehen lassen wollte, Süßigkeiten zu bekommen. Jedes Kind hatte einen Korb für die Leckereien vorbereitet. Eine ziemlich ansehnliche Gruppe verrückter Verkleideter hatte sich versammelt und machte sich auf die Suche nach Süßigkeiten. Die Kinder gingen von Tür zu Tür und riefen fröhlich, Süßigkeiten oder Saures. Leider verschlechterte sich das Wetter in der Mitte der Stadt erheblich. Ein Wind kam auf und es sah nach Regen aus. Die Kinder beschleunigten ihre Schritte und begannen fast zu rennen. Plötzlich fing es an zu regnen. Der Regen prasselte wie aus Eimern vom Himmel. Die Kinder begannen, sich in den nächstgelegenen Häusern zu verstecken, um den Regenschauer zu überstehen. Die kleine Laura rannte so schnell, dass sie nicht einmal bemerkte, wie ihr der Beutel mit Süßigkeiten unterwegs riss. Sie erreichte das nächste Haus und wartete zusammen mit anderen Kindern darauf, dass der Regen vorüberging. Erst drinnen bemerkte sie, dass ihr keine Süßigkeiten mehr übrig waren. Sie waren ihr alle herausgefallen, als sie vor dem Regen davonrannte. Laura begann lauter zu weinen, als der Regen fiel. Elias, der am nächsten bei Laura stand, begann sie zu trösten und hatte eine großartige Idee. Er begann damit, einen neuen, unbeschädigten Süßigkeitenbeutel von Onkel Josef zu nehmen, bei dem sie Schutz gesucht hatten. Dann nahm er zusammen mit Laura eine Handvoll Süßigkeiten von jedem Kind und gab ihr selbst zwei volle Handvoll Süßigkeiten. Die glückliche Laura hörte auf zu weinen und die von den Kindern erhaltenen Süßigkeiten fielen fast aus dem Beutel. Der Regen hörte auf zu fallen. Es war bereits sehr dunkel und nass, also kamen die Eltern zu den Kindern und brachten sie nach Hause. Laura bedankte sich herzlich bei den Kindern, dass sie ihr geholfen hatten und bedankte sich besonders bei Elias, der den gesamten Plan ausgedacht und umgesetzt hatte. Jedes Kind hatte viele Süßigkeiten und als sie sie mit Laura teilten, erkannten sie, dass sie sich auf ihre Freunde verlassen konnten. Schließlich ist es nicht einfach, sein Lieblingsbonbon zu teilen. Bis bald! Neimm Klavier Applause K K